Mein Name ist Sebastian Scheehl, ich bin Staatssekretär für Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir in diesem tollen Projekt für die Erweiterung des Campus Weißensee mit beitragen dürfen. Wir sind ja hier verfahrensleitend, wir haben das Bebauungsplanverfahren, wir werden alle notwendigen Gutachten machen. Wir koordinieren auch die Arbeit zwischen den Beteiligten, sowohl was den Kleingartenverband angeht, dem Bezirk, aber natürlich auch die Kunsthochschule. Und ich glaube, für die Kunsthochschule Weißensee ist das ein echt guter Tag heute, auch für die Wissenschaftslandschaft in Berlin, dass wir diese wunderbare Erweiterung hinbekommen. Wir versuchen mit dieser Erweiterung das Wohnen, das studentische Wohnen mit dem akademischen Lehren zusammenzubringen und natürlich trotzdem auch noch einen öffentlichen Raum zu schaffen, der ein neues Zentrum sein soll, auch für diesen Bereich. Ich glaube, wir haben deshalb hier beste Voraussetzungen geschaffen, eben auch mit den Kleingärten, dass dort auch eine Verlegung stattfinden kann. Aber dass eben dann wir in der Zukunft hier wirklich das Wohnen und Studieren und Arbeiten, aber eben auch eine Aufenthaltsqualität schaffen, die diesen Bereich verbessern wird. Also unser Ziel in dem Verfahren ist, einen offenen Campus zu schaffen, sodass auch ein Mehrwert für die umgebende Landschaft stattfindet. Das heißt also für die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen, die sollen auch einen Anlaufpunkt haben. Es wird eine Gaststelle geben, die also dort auch eine hohe Aufenthaltsqualität gibt. Wir wollen auch dieses Kleingarten-Thema aufnehmen und ihn weiterentwickeln, insofern viel Freiraum und Grün auch schaffen, sodass diese Qualitäten, die auch vor Ort vorhanden sind, nicht nur aufgenommen werden, sondern weiterentwickelt und sich wunderbar und positiv miteinander mit der Hochschule und dem Campus verbinden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.